Ich versuche, dass hier möglichst viele Hunde lange Zeit das nutzen können und so möchte ich, dass immer zwei Zwinger zusammenlaufen. Dann können sie halt auch noch gegenseitig einen Zwinger begucken und ist einfach abwechslungsreicher. Und so sind jetzt hier Armani, Aaron und Enya zusammen mit Hanuta, Kailan, Antonia und Atari. Da haben sie halt hinter vorne so ein kleines Stück grün und wo sie halt Zwinger praktisch im Tierheim näher gucken können. Sonst ist das hier ja eher so ein abgeschlossener Bereich, abgetrennt da von der Straße. Ist das so ein Eckchen für sich hier alles. Da hat es einen Anschluss an den Hausbereich. Großes Kennenlernen. Allemann Das war's für heute.